hallo und willkommen hier bei einem anderen beziehungsweise neuen video vom landwirtschafts-simulator 17 von der map Süd-Himmeln ja im letzten video hatten wir ja die hühnerfarm mit quasi stroh beliefert und jetzt wollte ich das ganze mit getreide beliefern aber ich habe gerade ein problem habe ich gesehen und zwar da fahre ich jetzt mit einen kurs ein da die hänger hier ein bisschen boogie sind da 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 fahr ich jetzt mal eine runde da da kann ja gleich zum zur hühnerfarm fahren Ich hoffe, dass es klappt. So, dann sehen wir uns gleich bei der Hühnerfarm wieder. So, da sind wir auch schon hier bei der Hühnerfarm. Jetzt muss ich nur nach der Stelle anfahren, wo das Getreide hinkommt. Das Eimer hier lang. Einmal halb um Stall rum. So, hier langsam vorbei. Ja, ist gut. Und dann quasi das Pendant beim anderen Stall. Aber, da wir ja zwei Fruchtsorten haben. So, fahre ich nochmal einmal quer, einmal kreuz. Nur aus Nummer sicher, als Nummer sicher. Also fahre ich jetzt nochmal quasi in die entgegengesetzte Richtung rum. Dann ist ja Mais auch noch. Und kann passieren, dass der Trigger denn nicht ablehnt. Mache ich das hier als Vorsichtsmaßnahme quasi gesagt. Ich fahre jetzt nochmal um den anderen Stall rum. Nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Denn es hätte ja sein, oder kann ja sein, dass das quasi nicht abgeladen wird. Und darauf habe ich keinen Bock. So, dann düsen wir ihn wieder gleich zum Hof zurück. Ja, das sieht ein bisschen so aus. Aber es ist nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Denn, du weißt ja, Cosplay ist nicht das selbste Programm. So, dann sehen wir uns gleich beim Hof wieder. So, da sind wir auch schon wieder am Hof angekommen. Wir fahren quasi unter das Silo nochmal durch. Und dann schicken wir das Ganze mal los. Um zu gucken, ob es funktioniert. So. So. Mal kurz eine kleine Wende fahren. So. Denn, wie schon gesagt, Cosplay ist nicht die hellste Kerze. So. Weizen ist schon drin. Und bin ich mal gespannt, ob es klappt. Mit der Gina Marie am Steuer. Das Ding normal sind ja. Das ist total ja. So. 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 Würde ich mal gespannt, ob es hier auch richtig belebt. Bra cordon soll. 2008 line ist noch fast, wäre es quelque�. Um Was ist das Problem? Um Ich dachte schon, ich habe wieder Fehler gemacht. So bin ich ja mal gespannt, ob er den zweiten auch noch beläht. Hey! Kollege! Bis zum nächsten Mal. Hm. Anscheinend wohl nicht. Trägen wir doch mal eine kleine extra Runde. Hm? Ja. Ja. Ah, ich sehe gerade die Triggerpunkte sind ein bisschen verrückt. Ah. Macht nichts, also sehen wir uns dann gleich nochmal wieder. Ja. So, ich habe den Kurs auch mal schnell eingefahren. Ich hoffe, dass es jetzt hier das Beladen funktioniert. Wenn nicht, weiß ich auch nicht, was da los ist. Ah. Es geht. Super. Das ist ja fantastisch. So, dann müsste er gleich losdüsen. Und, dann sag ich mal, Titan Labs ab. Ja. 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 Talbert werden fertig. Also, wenn ich, wenn ich es partnersücke habe, dann gehe ich mit von mir ab. Das ist das Bies. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja Freunde, was soll ich sagen Es hat nicht ganz so geklappt, so wie ich mir das dachte Aber das soll nicht das Problem darstellen Und nichts ist perfekt Auch lange nicht dieses Spiel Und dann sag ich mal Bye Bye, bis zum nächsten Mal Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da, nutzt die Amazon Links in der Videobeschreibung Und ihr wisst ja Support ist kein Mord Und dann sag ich mal Bye Bye